Boah, was ist das für ein geiles Wetter? Warum ist das noch so warm? Hey! Ich kann deren Sprache, oder was? Hey, du kleiner Hurenvogel da oben. Ich hab gestern deine Mutter gebummt. Sag mal, spinnt der. Und mit deiner Schwester treffe ich mich morgen auch noch. Jo, was geht denn bei ihm, Alter? Ich muss sagen, deine Mutter hatte einen ganz schön knackigen Hintern. Was will er denn? Warum geht der direkt auf Mutter, ja? Was schweiß'n du da so rum? Was haben sie denn mit dir gemacht? Da kamen einfach zwei Vögel und haben mich angeschissen. Haaah.